Zerfuß Leute, heute in der Warte mit dem Beordnböller wieder, mit dem Dum Bum. Noch ein bisschen zurück, so dass ich die Patzen im Gesicht gepicken habe. Alter! Wow! Jetzt hat es mir aber echt den Dreck rumgehalten. Wow! Heftig! Ja, Leute, das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Servus!